Das Wetter ist ja nicht immer das Beste momentan und ich sehe uns auch schon immer wieder mit unseren Regenscheibenwischer an und aus am Auto und es ist und es wird einfach nicht besser. Wir sehen in die Waschanlage gehen wir andauernd, weil das Wetter unsere Autos immer schmutzig macht und wie gesagt, der Regen an der Windschutzscheibe ist der Wahnsinn. Wie wäre es denn, wenn wir etwas hätten, wo der Regen einfach abprallen würde und es einfach nicht mehr die Sichtversperrung würde, wir definitiv Wasser sparen würden in der Wasseranlage und definitiv besser sehen nachts. Da haben wir nämlich was und zwar unseren Nano-Glas-Protektor. Schauen Sie mal hier, zwei kleine harmlose Tüschlein und die schaffen Ihnen bis zu 20.000 Kilometer sichtfreies Fahren in jedem Wetter. Regen, Hagel, Schnee, Staub, kein Problem mehr. Schauen Sie mal, da sind wir nochmal in der Einblendung, haben wir es Ihnen nochmal hier vorne hingestellt, der Nano-Produkt-Cleaner. Wir haben hier einen kleinen Film gleich vorbereitet für Sie, um Ihnen das Ganze auch nochmal zu demonstrieren. Und da ist der Kollege, ich erkläre es Ihnen mal, wir haben diese zwei Tücher, blau und rot. Das blaue Tuch ist für die Vorreinigung für Ihre Fenster. Sei es am Auto, sei es in der Dusche, sei es zu Hause an Ihrem Fenster. Jedes Glas kann damit behandelt werden. Die Vorreinigung ist ganz wichtig, um es wirklich von allen Fetten, von allen Schmutzrechten, das Fenster zu befreien. Schauen Sie mal hier. Und wie der Kollege es macht hier ohne Handschuhe, ich bitte Sie doch zu Hause, einen Weg Handschuhe zu nehmen. Das möchten Sie, also gerade die zarte Finger haben, das muss nicht unbedingt auf die Finger drauf. So, jetzt reinigen wir wirklich das Auto, die Fensterscheibe. Dann kommt das wirkliche große Ereignis, nämlich der Sila. Dieses rote, beziehungsweise das Tuch in der roten Verpackung, verschließt Ihr Fenster, beschichtet es mit einer kratzfesten, dünnen Schicht. Und das Ganze passiert einfach auch hier, einfach mit drüberwischen über das gereinigte Fenster. Schauen Sie mal. Und danach können Sie sofort Ihr Auto dem Regenwasser aussetzen, dem Schnee aussetzen, irgendwelchen Witte einflüssen. Und schauen Sie mal hier in den Produkttest. Jetzt sehen Sie hier, genau, links ist unbehandelt. Und schauen Sie mal rechts, wie das alles perlt, wie das alles runterläuft. So muss das aussehen. Nochmal hier in der Großaufnahme. Links bleibt das Wasser einfach drauf haften. Sie haben schon keine Sicht mehr beim Autofahren. Sie müssen die Scheibenbücheranlage an- und ausmachen. Und rechts hier, schauen Sie mal da, so perlt das absolut runter. Da ist Ihnen bei dem Fahrtwind auch die Sicht sofort wieder freigegeben. 20.000 Kilometer schaffen Sie hier mit einer Beschichtung. 20.000 Kilometer. Sie sparen am Spritzwasser. Ja, Sie müssen so gut wie überhaupt nicht mehr in die Waschanlage gehen. Und stellen Sie sich mal vor, Sie wohnen noch in den Regionen momentan, wo noch Schnee fällt über Nacht. Und Sie kommen erschreckend nach Hause und haben wahrscheinlich keinen Schutz über Ihr Auto mehr gelegt, weil Sie dachten, Mensch, wir haben schon fast Frühling und fast Sommer. Was ist denn da los? Und dann ist doch eine Schicht von Schnee oder Eis auf Ihrer Windschutzscheibe. Kein Problem, wenn Sie die Nanobeschichtung drauf gemacht haben. Denn aufgrund dieser Nanobeschichtung, aufgrund dieser feinen Oberfläche, können Sie einfach, und jetzt kommt's, können Sie einfach den Schnee und das Eis runterkratzen. Ja, mit einer Leichtigkeit. Da reicht auch eben, mal eben den Scheibenbücher anzumachen. Da pappt nichts fest, weil der Schnee genau zwischen dem Glas bzw. auf dieser Nanobeschichtung liegt. Sie können auch, jetzt denken Sie sich, Mensch, was ist, wenn ich das Auto waschen möchte? Denn das Auto wird ja auch links und rechts auch mal schmutzig. Ich muss vielleicht in die Waschanlage gehen oder ich wasche es selber. Da geht mir doch diese Beschichtung ab. Die Seife geht doch alles ab. Nein, die Seife hat hier keine Wirkung. Da müssen Sie schon mit schwerem Geschütz ran, um diese Nanobeschichtung abzubekommen. Sie können also mit jeglichem Reiniger Ihr Auto weiter reinigen, aber Ihre Fenster bzw. die Flächen, die mit unserer Nanobeschichtung behandelt worden sind, die bleiben intakt und schützen Ihr Auto vor jeglichem Schmutz. Also auch in die Waschanlage. Da haben wir es nochmal in der Grafik. Nanoglasbeschichtung für Außenversiegelung von KFZ-Scheiben. Aber Sie können auch gerne Ihre Duschscheibe nehmen in Ihrer Dusche oder zu Hause Ihr Fenster. Sichtverbesserung über 30% Wassereinsparung und die Bestellnummer ist die PE1297569. Und unsere Telefonnummer, natürlich, die sollten Sie eigentlich auswendig kennen, aber ich sage es Ihnen gerne nochmal, die 0805151 und dreimal die 2. Also für ein Auto, das noch keine Nanobeschichtung hat, wird es langsam Zeit. Es ist immer noch, wie gesagt, leider eine Wetterhaftigkeit da draußen, die uns zu sowas etwas zwingen müsste. Aber selbst wenn es Sommer wäre, selbst wenn wir 50 Grad in der Hitze hätten, es schützt es sogar vor Staub. Also ich freue mich, dass Sie es bald hier mit nach Hause bestellen können und sage erstmal, bis gleich!